Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist die neue Folge vom Sachsen-Anhalt-Podcast und auch wenn sie am 1. April erscheint, das ist kein Scherz, weil heute werde nicht ich der Haupthost sein, das macht der John, den kennt ihr noch aus der letzten Folge, John Kaube vom Landesschülerrat unter anderem und er spricht heute mit Frederike Specksart, auch sie ist im Landesschülerrat und die beiden unterhalten sich mal darüber, was sie gerne in der Bildungspolitik in unserem schönen Bundesland geändert haben wollen. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört den Sachsen-Anhalt-Podcast. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Was wäre Schule ohne Schülervertretung? Genau und denkbar und deswegen habe ich mir heute Frederike Specksart eingeladen. Sie ist Mitglied im Stadtschülerrat Dessau und Mitglied im Landesschülerrat Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen. Hallo John, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir reden heute über Schülervertretung und auch Engagement in der Schülervertretung und du bist ja Mitglied in mehreren Gremien. Vielleicht fängst du einfach mal zu Beginn an zu erzählen, wie kommt man in so eine Gremie und was sind die Aufgaben solcher Gremien? Ja, da hast du natürlich schon den Knackpunkt angesprochen. Also ich würde sagen, das Ganze beginnt auf ganz kleiner Ebene in der Klasse. Ich wurde seit mehreren Jahren als Klassensprecherin gewählt und aus dem Schülerrat heraus wurde ich dann in die Schülervertretung gewählt. Und die Schülervertretung meiner Schule setzt sich halt für die internen Belange der Schüler ein, also sehr speziell und sehr klein. Also geht es um Probleme mit Lehrern etc. Und dann wurde ich dort halt zur stellvertretenden Schülersprecherin gewählt und wir haben uns halt entschieden, dass ich die Delegierte für den Stadtschülerrat bin. Der Stadtschülerrat existiert praktisch dafür, dass sich alle Schülersprecher der Stadt austauschen können und Probleme gemeinsam lösen können, die halt die ganze Stadt betreffen. Es muss nicht immer die Stadt sein, es kann auch ein Gemeinschülerrat sein oder ein Kreisschülerrat. In meinem Fall in Dessau ist es halt ein Stadtschülerrat. Und jedes Mitglied im Stadtschülerrat ist auch berechtigt, bei den Wahlen für den Landesschülerrat teilzunehmen. Und ja, darüber bin ich dann in den Landesschülerrat gekommen und habe da auch wieder Aufgaben übernommen und es gefällt mir sehr gut, würde ich sagen bis jetzt. War es denn sofort dein Ziel, in den Landesschülerrat zu kommen? Also war das so, als du dann in den Stadtschülerrat kamst, auch dein obergeordnetes Ziel? Ja, ich möchte den Landesschülerrat Sachsen-Anhalt. Also um ehrlich zu sein, war es gar nicht mein Ziel, weil ich wusste, dass der Landesschülerrat existiert. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen traurig, wenn ich das so erzähle, aber ich wurde im Stadtschülerrat als stellvertretende Sprecherin gewählt und hatte dementsprechend auch ein bisschen Selbstbewusstsein dann bei den Wahlen. Und ja, irgendwie wurde dann so erzählt, dass man sich halt trifft und Plenartagung und was man für Themen bespricht und dass man sich im Bildungsministerium trifft. Und irgendwie fand ich das dann ziemlich cool und habe mich dann auch wählen lassen. Und ja, also ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber, weil es macht mir ziemlich viel Spaß und es sind auch wirklich Themen, die einen interessieren und auch weiterbringen. Und das finde ich sehr schön. Jetzt hast du ja angesprochen, dass du nicht direkt wusstest, dass der Landesschülerrat überhaupt existiert. Denkst du oder bist du der Meinung, es hing eher damit zusammen, dass die Thematik an dir vorbeigegangen ist? Oder siehst du das Problem eher darin, dass Schülerräte oder dass der Landesschülerrat oder eben die Schülergremien allgemein zu wenig Aufmerksamkeit bekommen? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil zumindest unter Schülern ist es nicht bekannt, dass es solche übergeordneten Schülergremien gibt, die auch die Macht haben, was zu bewirken. Und ich glaube, auch an meiner Schule war es zum Beispiel auch den Lehrkörper nicht bewusst. Also wie viele Lehrer haben mich blöd angeguckt, als ich meine Freistellung brauchte und sie so, Landesschülerrat, was ist das, was machst du da und wie bist du da reingekommen? Und es ist halt schon erschreckend, weil man sieht, dass, sage ich mal, viele Menschen, also vor allem auch Schüler, gar nicht wissen, dass es diese Schülervertretung gibt mit auch diesen Rechten und diesen Möglichkeiten auch. Und ich glaube nicht nur, dass es an mir vorbeigegangen ist, ich glaube auch allgemein, dass es zu wenig Aufmerksamkeit dafür gibt, weil das sehe ich auch jetzt, wo ich halt Bescheid weiß, was es gibt, dass man doch sehr selten was in der Zeitung über Schülerrat hört, oder? Also, wenn ich mir mal eine Zeitung angucke, sehe ich eigentlich kaum Schülervertretung, das ist richtig. Jetzt haben wir ja 2024 und man bezeichnet das ja auch als Superwahljahr, knapp 64 Wahlen auf der ganzen Welt, in Deutschland unter anderem haben wir Kommunalwahlen und auch Landtagswahlen. Siehst du denn die Thematik Schülervertretung, muss die gerade auch im Wahlkampf mehr in den Fokus rücken und in der nächsten Zeit und auch in der Zukunft mehr in den Fokus rücken und auch mehr Ansichtspunkte in der Politik gewinnen? Also, ich glaube, dass auf jeden Fall der Wahlkampf eine Möglichkeit ist, besonders junge Menschen auch abzuholen. Also, viele Kommunalwahlen sind ja auch schon ab 16 Jahren und ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall Stimmen damit akquirieren kann, wenn man jungen Menschen zeigt, ey, wir hören euch, wir sind auch mit euren Themen vertraut und dafür kann halt ein Schülerrat auf jeden Fall sehr gut sein, weil der Schülerrat repräsentiert halt Schüler und die meisten jungen Menschen sind halt noch Schüler in irgendeiner Form, sei es in der weiterführenden Schule, sei es auf einer Berufsschule und ich glaube, Schülerräte wissen auch ganz gut, was gerade so schief läuft, was Angriffspunkte sein könnten für die Politik und das könnte man auf jeden Fall gut in einem Wahlkampf benutzen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man natürlich über den Wahlkampf hinaus Schülervertretungen auch weiterhin zuhört und vor allem auch noch mehr zuhört, damit einfach auch die wichtigen Themen der Schüler irgendwie in die Politik kommen. Jetzt hast du schon erwähnt, Wahlkampf ist das eine Thema, man kann natürlich viel im Wahlkampf behaupten. Man muss auch über den Wahlkampf hinaus darüber reden. Was muss denn die Politik oder was würdest du dir denn wünschen, was die Politik unbedingt umsetzen oder erreichen muss, damit Stadtschülerräte vielleicht mehr Möglichkeiten erhalten? Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein Budget ist ein großer Punkt, der Schülervertretungen oft fehlt. Also ich glaube, im Schulgesetz ist verankert, dass die Schülervertretung in der Schule halt einen Raum zum Treffen haben muss und auch irgendwie Kopiermöglichkeiten und sowas. Und das ist natürlich essentiell für die Arbeit. Aber oft liegt es halt wirklich auch am Geld, weil ich sage mal so, jedes arbeitende Gremium hat laufende Kosten und sei es Werbemittel, sei es irgendwie Presseartikel, die verfasst werden müssen. Man braucht Geräte, man braucht Zugang, man braucht vielleicht auch mal Wasser für Sitzungen und so weiter. Also ich sage mal so, das klingt jetzt vielleicht doof, aber Geld regiert halt die Welt und es ist einfach nicht vorgesehen, dass zum Beispiel der Stadtschülerrat bei uns Geld in irgendeiner Form bekommt. Und das ist natürlich eine Sache, die man auf jeden Fall verbessern könnte. Andererseits gibt es natürlich auch super viele Themen, die einfach untergehen, weil uns einfach nicht zugehört wird. Und über den Wahlkampf hinaus würde ich mir einfach wünschen, dass man sensibler dafür ist und auch vielleicht die Anlaufstellen, die man hat, also Stadtschülerräte, Schülervertretungen in Schulen allgemein oder auch der Landesschülerrat, dass man dort einfach sensibler ist, mehr nachfragt, mehr zuhört und vor allem dann auch mehr davon umsetzt. Jetzt bist du stark auf den Stadtschülerrat eingegangen, das er zum Beispiel ein Budget braucht. Hat denn der Landesschülerrat finanzielle Mittel? Also das sieht bei uns leider auch nicht so gut aus, wenn ich richtig informiert bin. Natürlich werden Fahrtkosten erstattet und wir haben, glaube ich, auch ganz geringe Werbemittel, wenn ich mich nicht irre. Aber ich sage mal so, Sitzungsgeld ist nicht hoch, wenn es überhaupt gezahlt wird. Natürlich muss man sagen, Ehrenamt ist natürlich unbezahlt in dem Sinne. Aber ich glaube, auch da fehlt es deutlich an finanziellen Mitteln, die auf jeden Fall die Arbeit erleichtern könnten. Und vor allem auch helfen würden, dass man halt, sage ich mal, besser arbeiten kann und vor allem auch motivierter arbeiten kann und auch auf jeden Fall Mittel hat, zum Beispiel zu Terminen zu fahren, zu verschiedenen Kongressen etc. Weil da müssen natürlich auch Hotels bezahlt werden etc. Und das ist natürlich schwieriger, wenn man kaum Mittel zur Verfügung hat. Dann möchte ich mal noch auf ein Thema, also wir waren jetzt sehr Sachsen-Anhalt bezogen, sehr kommunal bezogen. Und es gibt ja auch noch ein Gremium, was über dem Sachsen-Anhalt steht, die Bundesschülerkonferenz. Und du bist ja auch vertretene Delegierte für die Bundesschülerkonferenz. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Worte darüber verlieren, was, also die Bundesschülerkonferenz ist ja auch ein Schülergremium, besteht tatsächlich aus den Landesschülervertretungen. Wie ist da die Auffassung? Wird dieses Gremium denn gehört oder wie fasst du das auf? Also ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall umso höher die Ebene ist, man doch auf jeden Fall auch ernst genommener wird. Ich habe das selbst erlebt, zumindest die Mittel sind auf jeden Fall auf Bundesebene deutlich mehr vorhanden und werden auch dementsprechend für verschiedenste Sachen genutzt. Also ich war im Oktober, glaube ich, beim Bildungskongress, der von der Bundesschülerkonferenz organisiert wurde. Und da waren auf jeden Fall viele Mittel vorhanden, die auch gut genutzt wurden. Also wir hatten einen sehr interessanten Austausch über mehrere Tage, haben Workshop-Phasen gehabt, haben uns auch untereinander ausgetauscht. Ich hatte sehr schöne Gespräche mit Schülervertretern aus Bayern zum Beispiel, mit denen ich sonst natürlich niemals ins Gespräch gekommen wäre. Und da sieht man einfach, wie gut es ist, wenn man einen gewissen Austausch von Schülervertretungen hat, wenn man, sage ich mal, sich unterhalten kann, wenn man Probleme lösen kann, wenn man Inspirationen bekommt. Und das ist natürlich eine Sache, die die Bundesschülerkonferenz auf jeden Fall leistet. Und da müssen wir fast alle dann eine Schülervertretung vertreten, bis auf ein paar Ausnahmen. Und das trägt, glaube ich, auf jeden Fall dazu bei, dass man zumindest Ansprechpartner aus den anderen Ländern kennenlernt und einen gewissen Austausch hat. Kamt ihr denn auf euren Gesprächen auch zu der Thematik, ob diese Schülergremien in den anderen Bundesländern gehört werden oder mehr gehört werden? Oder kam das gar nicht erst zur Ansprache? Ich glaube, das ist allgemein ein Problem, dass Schülervertretungen nicht für vollgenommen werden oder zumindest nicht immer. Natürlich hängt das immer stark von den politischen Entscheidungen ab im Land und auch von den Amtsinhabern, wie sehr sie sich, sage ich mal, dafür einsetzen, für die Belange von Schülern. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt auf der Straße fragen würde, kennen Sie denn eine Schülervertretung, dann ist das, glaube ich, eine Frage, die wohl sehr selten mit Ja beantwortet werden würde. Und ich glaube, das ist nicht nur in Sachsen-Anhalt so, das ist bestimmt auch in anderen Bundesländern so. Jetzt gibt es auch andere Themen, wie zum Beispiel den Elternrat. Wird dieser denn mehr oder hast du das Gefühl, dass dieser mehr beachtet wird? Also wir hatten zum Beispiel gerade im Stadtschülerrat die Problematik, dass in Dessau es zur Debatte steht, dass zwei stattliche Gymnasien fusionieren müssen. Und ich bin momentan Sprecherin vom Stadtschülerrat in Dessau und wurde dementsprechend auch halt befragt, wie wir dazu stehen als Schülervertretung. Und zumindest in den Medien hatte ich das Gefühl, dass der Stadthelternrat doch irgendwie bevorzugt gehört wurde beziehungsweise, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, zuerst befragt wurde und auch dort sich die Eltern sehr schnell geäußert haben und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist natürlich auch alles verständlich, weil Eltern sind natürlich auch in solchen Prozessen involviert. Aber ich finde halt auch, dass die Belange von Schülern doch eine große Rolle spielen sollten, weil bei so wichtigen Themen wie der Fusion von zwei Gymnasien, auf denen die meisten Schüler der Stadt, sage ich mal, dann gehen, sollten doch die Schüler und die Ängste und Probleme der Schüler gehört werden. Und dementsprechend finde ich schon, dass man, sage ich mal, Schülergremien nicht unterschätzen sollte, nur weil die Mitglieder noch nicht volljährig sind. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ihr auch vielleicht gar nicht so die Möglichkeit habt, immer sofort alle Fragen zu beantworten beziehungsweise auch gar nicht so in den Fokus rücken können, weil ihr seid ja alle Schüler. Und ihr macht das ja auch alle ehrenamtlich. Also siehst du vielleicht auch den Punkt, dass, weil man das ehrenamtlich macht, dass man auch nicht immer sofort die Möglichkeit hat, so zu agieren, wie man es denn möchte? Also ich würde schon sagen, dass wir natürlich eingeschränkt sind, zum Beispiel durch die Schulzeiten. Also ich habe jeden Tag mindestens bis 14.30 Uhr Unterricht. Und wenn ich dann einen Anruf um 12 Uhr bekomme, ist das natürlich eher kontraproduktiv, weil ich einfach mein Handy während der Schulzeit nicht benutzen kann und möchte, weil Schule natürlich auch vorgeht, würde ich schon sagen. Es geht ja auch, sage ich mal, um die Abschlüsse, die man erreichen kann. Und da muss natürlich das Hobby in dem Sinne zurückstecken. Und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen Schülernvertretern so. Also ich sage mal so, ich freue mich immer, wenn wir zu unseren Sitzungen relativ zahlreich erscheinen. Aber man muss natürlich auch wissen, dass es ein Ehrenamt ist und dass man schulische Sachen hat, die manchmal vorgehen. Also wenn man Prüfungen schreibt oder auch familiäre Sachen oder andere Hobbys, wo gerade vielleicht eine heiße Phase ist. Vielleicht macht jemand einen Sport und hat einen Wettkampf und so. Da muss man natürlich immer gucken, wie viel einem das Ehrenamt auch wert ist und wie viel Zeit man investieren kann und möchte. Jetzt hast du dein Amt in dem Gremium als Hobby bezeichnet. Das zeugt ja schon davon, dass es dir sehr viel Spaß macht und du es auch gerne machst. Und du führst ja jetzt nicht nur das Amt als Stadtschülerrätin aus, sondern eben, wie gesagt, auch im Landesschülerrat und dort auch einige. Wie empfindest du denn das Engagement? Also du hast es ja zwar wie bezeichnet, aber wie würdest du es denn sonst noch bezeichnen? Also ich würde schon sagen, dass, naja, Rufung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich finde, Engagement ist eine Sache, die man doch leisten sollte, weil wir haben das Privileg, in einer Demokratie zu leben, wo wir eine gewisse Bildung erfahren, die uns dazu befähigt, halt zu argumentieren, uns auszudrücken, E-Mails zu schreiben. Und ich finde, das kann man durchaus nutzen, wenn es halt um Rechte und von Schülern geht und Probleme von Schülern geht. Und mir macht das viel Spaß, wie du schon gesagt hast. Ich bin da, glaube ich, auch ganz doll hinterher, weil ich einfach auch merke, dass man doch was bewirken kann. Und das ist manchmal im Kleinen. Also vielleicht läuft an der eigenen Schule dann ein Projekt sehr gut und man hat vielleicht was geschafft oder hat irgendwie eine neue Hausaufgabenverordnung durchgesetzt und deshalb müssen jetzt in Ferien keine Hausaufgaben mehr gemacht werden. Oder weiß ich nicht, das sind ja kleine Erfolge an Schulen, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch dann die größeren Erfolge, wenn man halt, sage ich mal, im Landesschülerrat zum Beispiel eine Positionierung veröffentlicht hat und dann eine Presseanfrage kommt oder sich politische Amtsinhaber melden und sagen, hey, wir haben das gelesen von euch, könnt ihr uns noch mal genaueres zu sagen? Ist das wirklich ein Problem? Und das sind natürlich Momente, wo man sich dann freut, dass das stundenlange E-Mails schreiben und das Ausarbeiten von Positionierung und Protokollen und die Hinfahrt zu treffen, sage ich mal, dann doch was gebracht hat. Und das finde ich total bereichernd, weil man einfach das Gefühl hat, man kann was bewirken und man ist nicht einfach nur da und beschwert sich, sondern man macht es zumindest ein kleines Stückchen besser. Und das gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das auch irgendwie richtig mache. Und dann funktioniert natürlich auch nicht alleine. Wie siehst du denn das Engagement unter den jungen Leuten? Oder die jungen Leute, viele bezeichnen sie ja als meistens sehr zurückhaltend oder auch vielleicht auch gar nicht engagiert. Aber wie siehst du das? Gibt es viele Leute, viele jugendliche, junge Menschen, die sich engagieren? Oder ist es auch eher so, dass man da um jeden Platz kämpfen muss? Also ich denke schon, dass auf jeden Fall unsere Generation sehr unterschätzt wird, was den Punkt angeht. Ich will jetzt nicht das altbekannte Friday for Future Beispiel bringen, weil das ist natürlich nur in einem Bereich so gewesen. Allerdings würde ich schon sagen, dass auch bei Schülervertretungsarbeit immer es Menschen gibt, die sich einsetzen wollen. Ich sage mal so, bei Wahlen ist es mir bis jetzt noch nicht untergekommen, dass nur eine Person sich zur Wahl gestellt hat und die es dann halt auch geworden ist. Es war immer, sage ich mal, hart umkämpft. Und man hat immer gemerkt, dass die Menschen, die das auch wollen, die Ämter, sage ich mal, ausüben wollen, dass die auch hinterher sind und dass die auf jeden Fall was bewirken wollen. Und das sehe ich halt in ganz vielen Bereichen. Also ich sage mal, Ehrenamt ist ja nicht nur die Schülervertretung in der Schule oder im Stadtschülerrat oder im Landesschülerrat. Es gibt ja auch verschiedene andere Ehrenamter, die man ausführen kann. Man kann sich ja in verschiedensten Organisationen, sage ich mal, engagieren und mit einbringen. Sei es das DRK oder Umweltvereine oder der Nachbarschaftsverein oder was weiß ich nicht alles. Und ich finde schon, dass man auf jeden Fall Jugendlichen nicht unterstellen kann, dass sie sich nicht einbringen wollen. Es ist halt immer eine Frage der Motivation. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Jugendlichen nicht das Gefühl gibt, dass sie das, was sie tun, umsonst tun. Weil das ist es natürlich nicht. Aber wenn man halt nicht weiterkommt mit seinen Bemühungen, dann hat man vielleicht schon irgendwann das Gefühl, dass man halt gegen die Wand läuft und dass es vielleicht alles nicht so einen Sinn macht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da die Motivation irgendwann nachlässt und man vielleicht nicht mehr so hinterher ist. Jetzt werden ja zu den Wahlen sicherlich die kommen, die schon engagiert sind. Siehst du denn noch Potenzial, wenn man zum Beispiel, wenn die Politik der Schülerräten mehr Aufmerksamkeit schenkt? Siehst du da Potenzial, dass noch mehr Menschen, also gerade auch junge Menschen, sich für das Thema Schülergremien interessieren? Denn Schülergremien, die bringen ja auch oder helfen ja auch zur politischen Bildung bei. Sie setzen junge Menschen auch in Ämter, wo sie Aufgaben übernehmen müssen und dafür auch gerade stehen müssen. Und deswegen, siehst du denn noch Potenzial an jungen Menschen? Also ich glaube, es würde sehr viel bringen, wenn man wirklich auch den Effekt spüren würde. Also wenn Schülergremien gehört werden und vor allem es auch kommuniziert wird, dass zum Beispiel Vorschläge, die lokalen Toilettenanlagen an Schulen zum Beispiel zu sanieren, dass das auch aus einem Schülergremium kam, dieser Wunsch. Und wenn man das kommunizieren würde, dann würden vielleicht auch mehr Schüler merken, dass es auf jeden Fall Organisationen gibt, die sich für einen einsetzen und dass man eine gewisse Macht auch hat mit seinen Forderungen, mit seinen Ideen. Und ich glaube, dann würde man auch noch mehr Menschen dazu bekommen, sich zu engagieren und einzubringen in der Schülervertretung. Es muss, glaube ich, nur der Effekt deutlich werden, dass es was bringt. Hast du denn Beispiele, wo sich Arbeit, wo aus der Arbeit schon mal direkt ein Effekt entstanden ist, wo du gesagt hast, ja, das hat sich ultra gelohnt, dass ich das gemacht habe, dass wir das als Gremium gemacht haben und dass das auch wirklich den Effekt erzielt hat, den man erreichen wollte? Also ich denke da zum Beispiel an die große Thematik, die dann irgendwann kam mit Kleidungsvorschriften oder sowas. Aber hast du irgendwelche Beispiele so parat, wo du sagst, ja, da hat sich die Arbeit wirklich gelohnt? Also das meiste, würde ich sagen, ist an meiner Schule so passiert in dem Schülerrat. Ich gehe auf das Seborius-Gymnasium, also das ist ein freier Träger in Dessau. Und dort haben wir halt bedeutend mehr Möglichkeiten, würde ich auch sagen, in der Gestaltung, wie wir den Unterricht und auch das Außerschulische gestalten wollen. Und also wir haben zum Beispiel gerade auf den Weg gebracht, früher gab es die Regelung bei uns im Schulhaus, dass Tablets und auch Handys, sage ich mal, verboten sind. Und es gab halt zum Beispiel viele Probleme mit Menschen, die jetzt iPads benutzen und sich zum Beispiel auf Prüfungen in den Pausen vorbereiten, die dann einkassiert wurden etc. Und da haben wir zum Beispiel als Schülerrat und jetzt dagegen gestellt und haben, sage ich mal, auch im Lehrerrat und in der Schulleitung unsere Probleme vorgetragen. Und das wurde jetzt zum Beispiel zu unseren Gunsten entschieden. Also momentan ist es dann doch legitim, dass man das iPad zum Vorbereiten benutzt. Das ist jetzt natürlich nur so ein ganz aktuelles kleines Beispiel. Aber zum Beispiel auch das Organisieren von Schulfesten ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, boah, da hat es sich ausgezeigt, dass wir wochenlang zusammengehockt haben und überlegt haben, wie können wir es machen? Die Schüler hatten alle Spaß. Es wurde praktisch neue Freundschaften und Kontakte geschlossen, auch zum Beispiel zwischen der 5. und der 9. Klässlerin. Das sind so Sachen, wo man sich so denkt, boah, da haben wir zwar zwei Monate lang unsere Nachmittage geopfert, aber es kam ein richtig cooles Fest bei raus und die Schülerschaft hatte Spaß. Und solche Erlebnisse hat man, glaube ich, auch auf anderen Ebenen, wenn man nur hart genug dran ist und wenn man vor allem dann auch die richtigen Menschen erwischt aus der Politik, die die Probleme dann auch umsetzen können. Weil das kann man nicht immer nur alleine. Da brauchst du dann auch wirklich den Rückhalt im Stadtrat oder auch im Bildungsministerium. Jetzt haben wir viel über die Politik gesprochen beziehungsweise auch viel über Politiker und dass man Unterstützung von Politikern braucht. Aber Schule besteht ja nicht nur aus Schülerinnen und Schülern, sondern auch aus Lehrerinnen und Lehrern. Siehst du es dann, kriegt die Unterstützung durch die Lehrer oder ist da auch eher immer ein Gegenwind zu spüren? Also sehen die Lehrer oder sehen vielleicht auch die Schüler die Lehrer immer als Gegenpart? Also das kommt, glaube ich, sehr auf die Schule an und auf die Zusammensetzung an der Schule. Ich persönlich habe nur sehr gute Erfahrungen eigentlich mit Lehrern gemacht und habe auch die Lehrer immer als sehr unterstützend wahrgenommen, zumindest was Schülervertretungsarbeit angeht. Aber ich habe halt auch im Stadtschülerrat miterlebt, wie es an anderen Schulen auch anders läuft, dass zum Beispiel für Schülervertretungen von den Lehrern gar nicht ernst genommen wurde, dass auch Schulleiter zum Beispiel die Arbeit unterbunden haben beziehungsweise da wurde dann zwar jemand gewählt, aber dann war auch zum Beispiel die weitere Arbeit sehr schwierig. Und also ich persönlich kann da jetzt nicht aus Erfahrungen sprechen, aber ich bin mir bewusst, dass es doch auch Rückhalt oder fehlenden Rückhalt in der Lehrerschaft gibt. Das ist leider eine Sache, ich weiß nicht, woher es kommt, aber das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, wenn man überlegt, wie arbeitsfähig ein Gremium gerade ist. Jetzt hattest du auch davor angesprochen, dass du eben in eine Schule freier Trägerschaft gehst. Und in der Thematik würde ich noch mal anknüpfen, siehst du denn die Möglichkeiten in einer Schule in freier Trägerschaft denn mehr gegeben als in einer staatlichen Schule? Oder sagst du, die Verhältnisse sind eins zu eins, jede Schülervertretung hat die gleichen Möglichkeiten auf einer staatlichen Schule sowohl als auch auf einer Schule in freier Trägerschaft? Also wir sind eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Das heißt, bei uns kann man genauso Abitur machen wie überall auch, nur dass unser Schulkonzept halt ein bisschen freier gestaltet ist. Und das gibt halt die Möglichkeiten, zum Beispiel auch im Bereich Schülervertretung ein bisschen flexibler zu sein. Also beispielsweise haben wir einen SV-Lehrer bei uns. Das ist ein Lehrer, der sich zu unseren Treffen immer mit uns dazusetzt und ein bisschen für Struktur sorgt. Ich glaube, das ist nicht im Schulgesetz verankert. Das haben auch andere staatliche Schulen, glaube ich, nicht. Dabei würde ich aber auch sagen, das sind alles Sachen, die man machen könnte. Für die ist aber keine, also da gibt es halt keine rechtlichen Bestimmungen für. Und deshalb haben wir bei uns gesagt, hey, das machen wir. Weil solange es nichts Gegenteiliges gibt, können wir halt mehr oder weniger frei entscheiden, wie wir so inhaltliche Sachen gestalten wollen. Aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall Schülervertretungsarbeit trotzdem verbessern kann an anderen Schulen, auch wenn im Schulgesetz vielleicht gerade nicht der Paragraf dazu steht. Man kann einfach kreativ werden, man kann versuchen, sich mit der Schulleitung zu verständigen und einzubringen. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Siehst du da vielleicht auch die Schulsozialarbeit als Punkt, der da unterstützend wirken kann? Nicht jede Schule hat Schulsozialarbeit, aber die kann ja schon viel mitwirken in dem Bereich, oder? Ja, also das sehe ich vor allem, höre ich auch an anderen Schulen bei mir im Bereich. Da ist dieser SV-Lehrer, sage ich mal, die Schulsozialarbeiterin, die sich um die Sitzung kümmert, die immer mitguckt, dass alles funktioniert, die guckt, dass ein Protokoll geschrieben wird. Also da ist Schulsozialarbeit auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Apparates. Umso schlimmer finde ich es, dass die Schulsozialarbeiter, ja, sage ich mal, mit befristeten Verträgen engagiert sind, die, glaube ich, alle zwei Jahre auslaufen, wenn ich richtig informiert bin. Und abgesehen von Schülervertretungen, muss man natürlich ganz klar sagen, dass Schulsozialarbeiter eine riesige Arbeit leisten im Bereich Schule, sei es die Unterstützung von Schülern, die vielleicht kleine Einschränkungen haben, oder auch, um soziale Konflikte zu lösen. Also ich bewundere diese Menschen dort immer, die sich so viel Zeit immer für die verschiedenen Probleme von Schülern nehmen. Und ich würde auch sagen, dass sie auf jeden Fall ein großer Stütze und große Unterstützung, vor allem für Schüler und Schülervertreter sind. Also muss sich letztendlich nicht nur die Politik ändern, sondern auch Konzepte wie eben die Schulsozialarbeit. Sie muss angepasst werden auf die Schulen, auf die Schüler und auch auf die Schülergremien. Die Politik muss sich auf jeden Fall, oder du würdest dir wünschen, dass die Politik sich mehr darum kümmert, die Schülergremien doch in den Mittelpunkt zu stellen, gerade wenn es um Themen in der Schule geht. Ich denke, das war eigentlich ein ganz guter Überblick über Schülergremien und auch mal einen Einblick zu bekommen von jemandem, der ja, ich würde schon sagen, tagtäglich in dem Bereich tätig ist. Ich danke dir für deinen Einblick und ich danke dir für die Ausführungen und würde mich jetzt auch verabschieden. Ja, also danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass ich, sage ich mal, jetzt hier ein bisschen mehr dafür vielleicht sensibilisieren konnte, mal zuzuhören und vielleicht mal bei den Kindern auch mal zu fragen, wie es in eurer Schule so läuft und auf alle jungen Menschen anzusprechen. Hey, verändert was. Ihr könnt was machen. Engagiert euch in eurer Stadt, in der Schule. Es gibt super viele Möglichkeiten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch einbringen würdet. Das waren John und Frederike. Vielen Dank an die beiden und ihr hört sie in der kommenden Folge schon wieder. Dann geht ja nämlich los, unser Wahlkompass, unter anderem mit John Kaube und Frederike Specksart, außerdem mit dabei Felix von, nein, Felix Graf von Plettenberg und Klaut. Chris, Lucio Schönburg ist auch mit am Start und ich und wir werden über ganz viele Themen sprechen, die die Europa und insbesondere die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt betreffen. Das Ganze machen wir jetzt in fünf Folgen vor der Wahl, sodass ihr einen schönen Wahlkompass von uns erhaltet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, schreibt uns gerne, aber jetzt erstmal einen schönen Frühling. Ciao. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt 18 cooked 2 Möglichkeiten 1 2 4 1 3 5 2 Bis zum nächsten Mal.